Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War, die imperiale Kampagne mit den Schweden. Und im letzten Teil haben wir uns schon in russisches Territorium vorgewagt, haben eine kleine Armee Richtung Moskau in Gang gesetzt, haben auch schon die erste russische Armee dort aufgerieben. Ja, und ich würde sagen, insofern bleiben wir einfach mal weiter bei unserem Plan, versuchen Russland weiter zu zermürben, um dann später mal unseren Vormarsch auf Moskau zu forcieren. Gut, das Wichtige an der Sache ist eigentlich, dass wir unsere Einheiten trainieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste sowieso, aber auch, dass wir den Russen die Möglichkeit nehmen, früh schon größere Armeen aufzubauen. Die andere Schlacht wäre dann hier drüben. So, hier muss ich aber jetzt kurz wirklich speichern, weil ich kann nicht mit allen Einheiten direkt angreifen. Die sind ja limitiert in ihrer Bewegungsreichweite und ich muss wieder in die Stadt zurück. Deswegen nehme ich jetzt mal hier an der Stelle nur die Kavallerie mit und die Artillerie. Und ich hoffe mal, dass die anderen dann jetzt als Verstärkung dazukommen, damit wir das hier gescheit machen können. Ich könnte es auch automatisch machen, aber dann habe ich wieder das Problem, dass diese Armee bei mir im Territorium rumrennt, weil dann ein großer Teil der Armee flüchtet. Ich gewinne diese Schlacht zwar, aber es flüchtet wieder einiges und ich kann dann wieder rumrennen und diese Typen einsammeln. Und das ist einfach ziemlich kacke und das gefällt mir bei, das hat mir bei Shogun etwas besser gefallen. Bei Empire gefällt es mir halt gar nicht, denn auch wenn man zweimal oder so gegen, also man muss wirklich oft gegen so eine Armee kämpfen, wenn man es automatisch machen will. Und dann dauert das Spiel einfach recht lange. Ah doch, bei Shogun war es auch so, ich erinnere mich so ein bisschen da dran. Da war es auch so, dass du eigentlich jede Schlacht selbst machen musst, einfach nur damit du die anderen Einheiten aufreibst. Darauf kommt es eigentlich an. Eine Schlacht so oder so zu gewinnen, das ist jetzt glaube ich auch gar nicht so schwierig. Nur man hat dann halt immer diese Armee, die sich noch im eigenen Territorium rumtreibt. Und das ist einfach kacke. Okay. Lieber verbrennen als verrosten. Naja, wenn das die Einstellung von George Whitefield ist, dann von mir aus. Ja, aber gucken wir mal. Also wo wird er stehen? Wenn er das clever macht, steht er da im Wald und dann erwische ich ihn dann nicht. Wir können es aber auch mal gerade so versuchen. Formation eher auffächern. Okay. Stell du dich mal. Ja doch, komm, den können wir in den Wald stellen. Ich denke, ich würde gerne seine Artillerie ausschalten. Je nachdem, wo sie halt steht. Und wo steht sie? Im Wald. Alles klar. Genau, dann könnt ihr ja schon mal in den Wald reiten. Damit sich die Einheiten dort ein bisschen verstecken können. Ja, wo ist meine Verstärkung? Ach, da hinten. Ja, wir halten mal ganz kurz hier an. Was hast denn du da jetzt? Das heißt, erstes Regiment zu Pferde. Feldartillerie, Halbkanonen, Infanterieregiment, Linien, Infanterie, Miliz, Miliz, Leibwache des Generals. Okay. Ja, versuchen wir mal, sein Regiment zu Pferde zu erwischen. Ähm, das müsste uns eigentlich in die Karten passen, weil wir ja hier seine Artillerie gerne auflösen wollen. Wir müssen jetzt ein kleines bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu dicht an seine Linieninfanterie rankommen. Okay, jetzt wollen wir mal gerade gucken. Also sein... Achso, die haben sich also wieder gefangen. Okay. Gut. Bitte hier hin. Und nochmal drauf, bitte. Gut. Bitte schneller. Genau, und der letzte ist natürlich wieder der General. Alles klar. Ab geht's. Da hinten rum. Okay. 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 naja also unser general ist dann wohl wieder tot warte mal bitte was ich kämpfe doch nur gegen ich kämpfe doch nicht gegen die ich kämpfe doch gegen seine artillerie was ist das denn jetzt wieder also vorhin hat mein general das irgendwie auch überlebt ich hoffe diesmal überlebt dass auch wieder das kann doch nicht sein oder warum also ich meine klar natürlich wenn die da im karree stehen dann habe ich keine chance gegen die mit der kavallerie das ist logisch aber so jetzt bitte hier abfahrt ja schießt du noch ein paar mal und dann ist gut weil der general der haut ab der kommt dann immer zurück treffe ich der app ist genau der trüppel vorhang so ich muss mir gerade ein paar befehle geben du läufst hier hin du darfst mal ganz schnell hier hin und die kavallerie kommt mal hier hin ja gut ich meine da triffst du paniermehl wenn die da im wald stehen das ist klar du läufst bitte nicht in der schusslinie lang das ist einfach so blöd ja ihr könnt das einfach ignorieren dass ich euch eben den befehl gegeben habe das wieder abzubrechen aber bitte warum nicht bitte warum nicht bitte 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 Ja, das ist ja gut. Sehr, sehr gut. Okay, es scheint dann doch noch hinzuhauen. Wie viel sind es noch? Drei? Ja, ja, okay, gut. Die müssen wir dann nicht mehr verfolgen. Na, jetzt komm aber. Hier, mach sie kalt. Alter, die sind voll im Kesselfeuer. Jetzt mach sie, jetzt mach sie platt. Okay. 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 Wo ist meine Linien-Infanterie? Hier. So, gehen wir mal Gas hin. General müssen wir aber erwischen. Ja, bitte fortfahren. Die will ich nämlich noch kalt machen. Okay. Also es könnte dann tatsächlich sein, dass die ganze Sache nochmal gut geht. Ja, sieht so aus. Okay. Ja. Okay, holen wir den Knaben da noch ein. Und äh... Warum läuft denn der überhaupt so lahm? Ja, da komme ich nicht ran. Also den einen Typen da verfolgen zu müssen, da könnte man mir die Schlacht auch eigentlich schenken. Ich habe hier nur auf Fortsetzen geklickt, weil ich die Pound 20 Linien-Infanterieeinheit noch aufreiben wollte, weil ich will nicht, dass er die behält. Hm. Knapper Sieg. Super Sache. Okay. Ja, der General ist tot. Mal wieder. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. So, holen wir uns einen neuen General dazu und äh... Hier wird gar nicht gebaut. Aber ansonsten wird überall gebaut, ne? Eine Runde und so weiter. Wo habe ich denn jetzt die ganzen teuren Sachen eigentlich hingepackt? Ach, die Observatorien. Mhm. Warum kriege ich da einen Lebemann und keinen Gentleman oder keinen Edelmann oder wie auch immer die dann hier heißen? Ist das irgendwie was anderes? Ich weiß es nicht. Müsste man mal gucken. Ich hoffe, das bringt auch was, dass ich ihm hier permanent seine Sachen ruiniere. Also sonst wäre das mich irgendwie kacke. Sonst kostet mich das nämlich mehr als ihn. Das wäre nicht so toll. Ja, okay Leute. Dann machen wir mal Schluss an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hoffe, es hat euch gefallen. Und nehmt es mir nicht krumm mit meinen ganzen Ausrastern hier. Das liegt einfach nur daran, weil ich das Spielprinzip noch nicht so gut kenne. Ich bedanke mich bei euch. Wünsche euch alles Gute. Tschüss.